Es ist unglaublich faszinierend zu sehen, was für Menschen hier herkommen, an den Lehrgängen teilnehmen. Das zeigt einfach, dass wir die richtigen Leute anziehen. Menschen, die nicht einfach nur irgendwelches technischen Kram lernen wollen, sondern Menschen, die wirklich Interesse daran haben, anderen Menschen zu helfen, Menschen stärker zu machen. Und zwar jetzt nicht nur in physischer Hinsicht stärker, denen die richtigen Konzepte zu vermitteln, sondern halt auch mentale Stärke zu vermitteln, die halt wirklich Interesse daran haben, Wissen weiterzugeben und über sich selbst hinauszuwachsen. Ich finde, dass es mittlerweile das Sog entsteht. Also Sog ist mega. Und so viele Menschen steigen ein und wollen mit uns gehen. Und das ist eine Sog-Wirkung, die uns immer wieder reinzieht in das Konzept weiterzumachen, Leute stark zu machen, zum Fliegen zu bringen, wenn man es einfach philosophisch betrachtet und wachsen zu sehen.